Nö, 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 nö. Na, es war schon praktisch. Ich muss merken, ich muss mir merken, dass ich, äh, entweder dich lauter stelle ... ... oder, äh, dass die ... Warte. Oh, scheisse fällt mir gerade was ein. Ha! Was, was, was dann? Wenn ich den Sound leiser mache, wirst du automatisch mit leiser. Also, müsste ich das bei mir lokal irgendwie leiser machen. Ja, 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 ja. Ich bin echt zu der Spielerei. Das machen wir lieber außerhalb der ... Ja. Ist immer scheiße. ja aber wir können noch mal ich bin aber jetzt wenigstens zu zweit aber ich mach mal kurz einen aufnahmestopp um halt lautsteiger zu regulieren sagen wir machen wir mal schütz oder so willst nicht mehr ja das ist so kurz also wir sehen uns gleich wieder mit leiserer musik auf jeden fall so und weiter geht's jetzt die musik auch viel leiser und viel angenehmer auch wenn die musik gut ist aber die hat mir wirklich ziemlich stark die ohren ja ich habe schon wieder vergessen steuert ja lass mich auf dem scheiß gedächtnis aber so aber ich wollte vielleicht denkst du für mich was denke ich so viel ich trink ich sind eigentlich sehr selten ich leider ist nicht ja so komische es gibt ja so komische ernährungsexperten die behaupten ja die behaupten ja wer milch trinkt der kriegt äh wie heißt das ausgerillose das ist was muss knochenschwund oder jetzt heißt ja oder brüchige knochen ich weiß nicht mehr genau einfach bei mir fällt auf wenn man springt dann wird man automatisch getroffen außer man fliegt halt so ja also man wird automatisch getroffen und das bild hat ziemlich gestoppt gerade aber vielleicht hätten wir mal googeln sollen ja wir sollen wieder spiel eigentlich damals ankam so pressemäßig das ist eigentlich ziemlich gute präsentation gehabt ja 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 ich hoffe du meinst aber nicht hier vielleicht nicht mehr ich weiß jetzt ja war auch nicht nicht super intend und das stand da glaube ich nicht bei ja nichts kritisiert ja bist du klar also ja war ja auch von nintendo selber eben aber die hatten gute comics keine ahnung ich hatte nie eine club nintendo ja ich habe ich habe ja eine menge unten im keller noch in den kartons oh ich dachte ich hätte es fast geschafft ja beinah ja aber naja knapp daneben ist auch vorbei ne ich gehe oben entlang oder auch nicht ja es sind donuts eindeutig aber da kommt man natürlich nicht schießt mal ein donut kann man da drauf machen wir wieder hoch kann man da drauf warte mal ich ich schmeiß jetzt so äh ne du sollst vielleicht ja ok so ne geht nicht schade schade ok jetzt kommt wieder manfred äh manfred ne manfred 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 war das pferd welches pferd bei Gronkh achso ja der hat doch bei der hat doch die irgendwann war es Anfang des Jahres hatte doch dieses 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 polio adventure spiel gespielt ich guck gegen Gronkh ich guck gegen Gronkh ich guck gegen Gronkh nicht oooh ok deswegen keine ahnung wenn du was über ihn erzählst halt naja dann bring ich halt ein paar infos ein ok ja und da hat halt seit ich glaube ich sei ein fährt heißer mann zu sehen ok ja ich glaube er ist sogar gestorben ok wie ist anscheinend kümmert er sich nicht gut um seine Pferde ne ich glaube das war von der Hörn stoppengedenke achso ja oder 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 es ist über die Schupe gelaufen oder so rumgehen oder ich weiß nicht mehr es ist gestorben und damit kann man es lassen so und du musst wieder alleine kämpfen ich hau den einfach nach den Donuts an den Sch- an den Rüber das geht schon oh 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 jetzt wird er wütend oh ja ja ich mir jemand die Zähne ausschlägt wäre ich auch gut verständlich das ist irgendwie ein Monstanter falls du das Spiel kennst naja ich mach nicht nein ja ich kenn ah ok wie wieso schon wieder ach nö zwei spieler spiel ok ein einmal noch ja einmal noch oder 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 ja ja einmal versuchen wir es noch einfach so gut drauf einfach so gut drauf einfach so gut drauf einfach so gut drauf ja nein nein spring du mal spring du ok und hopp dieser steuerung ok geh nicht hat irgendwie auch ein bisschen was da irgendwie auch ein bisschen so das gefühl als wäre irgendwie die 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 ähm na die ähm die ähm die schwerkraft in der steinzeit ein wenig äh weniger gewesen als jetzt sag ich mal so können sein eigentlich also man weiß ja nicht so wirklich was drüber ja aber wenn man sich das nicht mal so anschaut wie die springt ne das kann auch einfach nur an den starken muskulösen Beinen von damals gewesen sein die heute einfach nicht mehr da sind oder die Aufwände oder das da 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 doch kommt du musst okay dann nicht ich wollte eigentlich noch sagen dass er auch noch sterben muss aber er möchte nicht ja ist das zufällig oder irgendwie haben wir das immer im übersehen nee ich glaube das muss das absicht ok weil irgendwie war das die letzte mal ja nicht ach ja ist das bonus stage ach bonus stage ist das ja ja ah ja stimmt deswegen so mach schon du brauchst ein item nicht ich ach echt ja und du ja okay ah what up okay okay ja reicht auch weißt du noch was Schlüssel ja so endlich 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 können wir auch mal einen Schlüssel nutzen gleich ja müssen wir so ein können wir wahrscheinlich so ein Ding aufsperren ich dachte du wirst jetzt runter fliegen nee 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 ich konnte noch gegengesteuert so hey du bist jetzt gerade wirklich gerade unten gewesen glaube ich ja die synchronisation dauert es deswegen kommen manchmal solche sachen ja ja ich habe mich gerade ein mittelsekundchen erschrocken ich habe mich gerade ein mittelsekundchen erschrocken so einfach hoch werfen so okay das ist dick oder was auch immer das eigentlich sein soll äh ich glaube das heißt als hähnchen hühnchen und hühnerschenkel oder so was das ist doch kein hühnerschenkel ja oder so ähnlich mampfen das immer der mampfen die das immer bei bei one piece aber das ist doch kein Huhn ja ich meine ich meine äh so fett ist doch nie im Leben ein Huhn äh es ist ein Steilseituch aber äh das war ein Huhn ja du musst dir die Manga äh die Manga oder Anime äh äh Kenner fragen was das beteiligen soll vielleicht okay aber Son Goku hat das auch immer gegessen oh oh darf ich das? ja gut gut dann äh kommt wieder Ostern ja also das Ding eigentlich ja recht bekannt sein ne? bitte? dann müssen die Dinger eigentlich ja recht bekannt sein ne? ja so dadadadada dadadadada ein bisschen zurück zum Glück äh zum Glück äh was? ähm ja ähm ich sag mal zum Glück äh äh springen die nicht die Augämpfe raus dabei ach so ich glaube ich ein bisschen verstören mhm vielleicht so jetzt kannst du durch das erledigen weil ich bekomme jetzt den Kuss sowieso ja na komm bevor du noch stirbst du hast doch nur neidisch auf mein schönes Stirnband ja definitiv ich hab nen Zopf das ist viel männlicher als so ein Stirnband Dum 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 dreamed muen außerdem mag ich mag ich den äh Holzen äh Sprite er sieht cool aus bei dir welche ähm Welche Frau geht eigentlich so? ähm damalige Frauen ok Wir haben die Hände so zum Ausbelang ziehen gebraucht. Genau. Oh ja, oh ja. Wir sollten jetzt hier nicht sexistisch werden, sonst kauen wir uns da auch noch neben den Brotariken. Was noch? Die, keine Ahnung. Die freislichen Zuschauer, genau. Nimm die Flamme. Ja, ich wäre fast wieder runtergesprungen. Au, au, nein. So, was ist hier? Kriegst du es? Ah, die Flamme. Yay. Da kannst du nicht wieder überspringen, gut. Gut. Ah, jetzt kommen wir nie. Ja. Okay. Dann brate ich jetzt ein bisschen. Ist das nicht auch in irgendein Pokémon-Fisch, das auch Strom macht oder so? Äh, Lampi, bis nach Landtouren gibt es, ja. Ja. Nein! Dann gibt es noch eines der fünften Generationen, was es auch kann, aber ich habe keine Ahnung, wie das hieß. Oh, toll, jetzt habe ich den blöden, jetzt habe ich den blöden. Ah, du musst, glaube ich, mehr Energie nehmen, du hast noch ein Herz. Ja. Ja, komm, schnell. So. Ja. Aua, nein, hör auf. Haut ab, haut ab, haut ab, haut ab, haut ab, aua. Nein. Ja, pass auf. Wow, ich habe 5400 Punkte. Eigentlich lustig, ne, weil man bedenkt, dass die im Fleischstatt und Pflanzen überall immer gleich aussehen. Ja. Zum Beispiel, ne? Super Mario und so weiter. Äh, wie meinst du das jetzt genau? Ja, dass die Pflanzen halt immer dasselbe, ähm, Dingsens, der Design haben meistens. Ja, das stimmt. So, nimm das Fleischwoll. Wow. Oh, okay. Nein, wow. Okay, gut. Was ist hier drin? Nein, ach, ach, ach. Ja, egal. Aua. Das kommt. Düm, düm, düm. Ah ja, stimmt. Ah, Bumarang, sie kommen ja zurück. Stimmt. Ja, das ist der Sinn eines Bumarangs. Ja, aber das weißt du, Bumarang noch nicht. Ich habe mich immer gewundert, wie das funktioniert eigentlich. Und ich habe, um es zu sein, immer noch keine Ahnung, aber interessiert mich mittlerweile auch nicht mehr. Aua. So. Ich glaube, ich glaube, das ist gleich so weit. Aua. Ja. Komm. So, und einfach jetzt einfach nur noch Spam. Oh, und du bekommst einen Kuss. Echt? Ja. Geil. Du hast es geschafft. Genau du. So, sollen wir hier den Schlüssel nutzen oder da nehmen? Ja, 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 ja. Oh, ich denke mal schon. Bei Blau hatten wir eigentlich noch nie, ne? Ja, aber ich meine, ob wir ihn hier nehmen oder ob wir noch das Level machen und dann da. Hm, fraglich, fraglich. Weil ich würde erst mal, um ehrlich zu sein, gerne wissen, wofür das Blaufeld ist. Weil, wenn das jetzt so was wie eine Art Speicherpunkt ist, dann würde ich lieber da hinten haben. Okay, dann machen wir hier nochmal. Ja. Was war das nochmal für Level? Ach, das. Ach, das geht schnell. Musst du aber auch was mit den Scrollen. Ja, dann komm. Wie jetzt zum Beispiel? Oh. Ich dachte, du würdest es noch schaffen. Tut mir leid. Ja, ich jetzt noch. Ja. So. So, müssen wir auch passen. Ja. Aua. Nein. Vorsicht. So, ich schalte mal die Bienen vom Leibe. Ja, natürlich. Komm. Alter, die sind hier. Aua, oh. Ich bin tot gewesen. Ähm. Komm. Das darf doch nicht wahr sein. Oh, Mann. Nimm mal das Hähnchen da. Ja. Alter. Komm. Sterb, ihr dumm Bienen. Aua. Äh, nimm du mal. Ja. Moment, ich muss mal den Drehschwung machen. So. Ah. Nein, nein, nein. Bleib stehen. Bleib stehen. Was und viel. Le pyre d'actyle. Oder ist es so französisch? Wieso versuchst du französisch auszusprechen? Ja, weil ich dachte, die pyre d'actyle wäre französisch. Nein, das ist eigentlich Latein. Nisch. Okay. Latein Nisch. Einfach zustimmen und auch mal zu wollen, das kommt. Ja. Okay, jetzt musst du, glaube ich, springen. So. Ich glaube, der hält sich nicht mehr lange. Ne, der hat ja nur noch einen Balken und, ja. Jo. Aber jetzt bekomme ich einen Kuss. Haha. Ich glaube, der hat ja nur noch einen Kuss gemacht.